Dumme Gedanken einer Oma Wie spät ist es? Oh, heute bin ich ja richtig ausgeschlafen hier. Schon 5.30 Uhr. So, welches Tuch ziehen wir heute an? Dieses tolle hier oder dieses modische Stück? Äh... Oh nein, ich darf meine Morgensendung nicht verpassen. Schnell! 3 Stunden und 4 Sekunden später. Keine Sorge, das war nur mein Tuch. Noch einige Zeit später. Warte mal, was wollte ich noch mal machen? Ah, stimmt. Frühstück zubereiten. Okay, okay, ich mache es etwas schneller. So, was haben wir hier Schönes? Waffeln. Nein, danach muss ich immer pupsen. Oh, was ist das? Ein Stück Brot. Wahrscheinlich noch aus den 1930er Jahren. Harte Zeiten. Genauso hart wie das Brot hier. Hm. Oh, lecker Haferflocken. Ach, so lässt es sich gut leben. So, jetzt muss ich erst mal meine Kätzchen füttern. Miet, Miet, Miet. Na, wo seid ihr, ihr Lieben? Diese faulen Viecher. Früher, zu den Zeiten Adenauers, ja. Da haben sie noch Mäuse gefangen. Und jetzt warten sie, bis sie jemand füttert. Daran ist doch nur diese, diese Merkel schuld. Für Danny, für Tokio, für Nairobi, für Denver. Ach, jetzt erst mal etwas Fernsehen. Neuigkeiten des Tages. Heute in unserer Sendung. Drei Jugendliche aus Stuttgart retten eine Frau vor dem Ertrinken. Jugendliche, hm. Des Weiteren sucht die Polizei in München nach Vandalen, die alle Wegweise der Stadt ausrissen. Vandalen. Außerdem erfahren sie, warum Zucker und Koffein unsere Zähne zerstören. Zerstören. Und was genauso besonders einem neuen Altenheim in Berlin ist. Altenheim? Erfahren sie alles heute. Schalten sie nicht auf. Jugendliche Vandalen zerstören Altenheim. Diese bösen, unerzogenen Jugendlichen. Da muss ich doch gleich mal Brunnhilde anrufen und ihr alles erzählen. Ach, Herr Jemini. Ich habe vergessen, meine Tabletten zu nehmen. So. Welche Tablette soll ich nochmal nehmen? Die gelbe oder die weiße? Oh Gott, oh Gott. Ich nehme einfach mal beide ein. Mal sehen, was passiert. Oh, Glück gehabt. Die Tabletten zeigen bis jetzt keine Wirkung. Und nun machen wir die Kerfe. Äh, äh. Das tue ich mir nicht an. Obwohl, ich kann es ja wenigstens versuchen. Und wie komme ich hier wieder raus? Hallo, Frau im Notebook. Wissen Sie, ich bin nicht mehr so jung. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ich brauche Hilfe. Ich bin doch alleine. Genau deshalb hat Mutter immer gesagt. Adelina, du musst dir einen jungen Mann suchen, der dir, wenn du alt bist, zur Seite stehen wird. Und was habe ich nun? Einen Mann? Nein. Einen 13 Katzen. Miech, 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 miech. Kommt her und helft mir. Oh, ich glaube, es funktioniert. Hehe, jippie. Heilige Makrele. Ich wusste, dass sie was bringt. Ins Bett, bitte. Großer Gott. Jetzt würde mir ein Buch nicht schaden. Mein Lieblingsbuch. Hoff, Tobias Sexbomb. Wenn Sie Aufmerksamkeit von jemandem wollen, dann halten Sie den Blickkontakt mit dieser Person aufrecht. Aha, okay. Dies vermittelt, dass Sie wirklich an dem Gespräch interessiert sind. Also einen interessierten Blick soll ich machen, ja? Wie wär's damit? So wird man die Aufmerksamkeit richtig, Kiddies. Das Traurige ist, vielleicht hat sie auch recht. Selbstbewusstsein und das Ausstrahlen positiver Emotionen sind wichtig, um eine sexy Frau zu sein. So ein Quatsch mit Soße. Ich bin auch so sexy. Das Buch ist doof. Oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao. So, jetzt putze ich erstmal mein Gebiss. Ach Gottchen. Oh nein. Abpusten reicht. Ihr wisst schon, die Fünf-Sekunden-Regel. Und wenn wir schon mal gebückt sind. Oh, warum hat Nairobi nichts gegessen? Nairobi? Nairobi? Ha, Nairobi, hier ist sie noch. Warum bewegt sie sich nicht? Steh auf, du faule Nudel. Nairobi. Oh, meine liebe Nairobi. Jetzt sind es nur noch zwölf Katzen. Hm? Was mache ich hier eigentlich? Wo wumme ich eigentlich? Einige Stunden, vielleicht auch Tage später. Mission für heute geschafft. Check, Bro. Und jetzt, auf geht's. Jane the Virgin gucken. Nein, Jane, was willst du mit Raphael? Du liebst doch Maiko. Bleib bei Maiko. Bleib bei... Nein. Jetzt küsst ihr einen anderen. Junge Frauen heutzutage. Solche Puh. Also, als ich jung war, ja, da war alles anders. Alles anders. Da, Marcia, da haben wir... Oh, obwohl, ihr seid heute relativ brav. Wie mein Enkelkind zum Beispiel. John Cena. Er ist mein kleiner Bobby Dilda. Oder wie man diese komischen nennt, die sich diese Stereotypen in die Bubi spritzen. Oh, ach du meine Güte, schon 19 Uhr. Ich muss doch schon längst ins Bettchen. Ach Mann, war ich heute eine Eule. Dumme Gedanken einer Oma. Abonnieren nicht vergessen. Puh, Glück gehabt. Die Tabletten zeigen bis jetzt keine Wirkung.